Willkommen an der Hochschule Harz. Zwei attraktive Standorte und drei innovative Fachbereiche bieten über 3300 angehenden Akademikern alles, was eine ideale Studienzeit ausmacht. Wernigerode, die bunte Stadt am Harz, ist sowohl Touristenmagnet als auch Industriestandort. Die Fachbereiche Wirtschaftswissenschaften sowie Automatisierung und Informatik ermöglichen eine Ausbildung auf höchstem Niveau, die regionale Einbindung, internationale Ausrichtung und Praxisorientierung vereint. Als Tor zum Harz verfügt Halberstadt über beste Voraussetzungen am Fachbereich Verwaltungswissenschaften, Experten für die Behörden von morgen zu schulen. Willkommen am Werniger Röder-Standort der Hochschule Harz. Auf dem Campus der kurzen Wege liegen Wohnheim, Hörsaal, Mensa und Bibliothek nah beieinander und machen das Studentenleben familiär und attraktiv. Eine Ausstattung auf höchstem Niveau und eine einzigartige Atmosphäre unterstützen ein erfolgreiches und effizientes Studium an beiden Fachbereichen. Der Halberstädter Campus, direkt im Zentrum am Historischen Domplatz, ist der jüngste Standort der Hochschule Harz. Eine individuelle Verbindung aus alter und neuer Architektur vereint Tradition und Moderne. Studierende der Verwaltungswissenschaften finden hier das ideale Umfeld für das Wachstum von Wissen, Kreativität, Engagement und eigener Persönlichkeit. In den Hightech-Laboren des Fachbereichs Automatisierung und Informatik bieten hochmoderne Ausstattung, anwendungsorientierte Projekte und engagierte Professoren Raum für Erfahrungen mit neuester Technik. Am Puls der Zeit ist in ingenieurwissenschaftlichen und informationstechnologischen Studiengängen Platz für die Ideen der Ingenieure und Informatiker von morgen. Am Fachbereich Verwaltungswissenschaften in Halberstadt sind juristische, ökonomische und sozialwissenschaftliche Kompetenzen konzentriert. In kleinen Seminargruppen mit engem Kontakt zu den Dozenten werden kommunikative und analytische Fähigkeiten geschult. Innovative Studiengänge bereiten zukünftige Experten auf die Anforderungen an eine moderne, bürgernahe und serviceorientierte Verwaltung vor. Die Wirtschaftswissenschaften bilden den größten Fachbereich der Hochschule Harz. Eine fundierte, praxisnahe Ausbildung und zukunftsorientierte Schwerpunkte in den Bereichen Tourismus, Dienstleistungsmanagement und Wirtschaftspsychologie sowie vielfältige internationale Kooperationen bieten Spezialisierungsmöglichkeiten für die Märkte von morgen. Neben Studium und Lehre ist die international vernetzte, anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung eine zentrale Aufgabe der Hochschule Harz. Durch Begeisterung und Innovationskraft wird eine enge Zusammenarbeit mit Wirtschaft, Industrie und öffentlichen Einrichtungen erreicht. So entsteht ein wichtiger Beitrag zur gesellschaftlichen, ökonomischen und technischen Entwicklung. Immer wieder erreicht die Hochschule Spitzenplätze bei Forschungskooperationen. Davon profitieren die Studierenden. Sie erhalten wertvolle Einblicke in praktische Abläufe und zukünftige Trends. Ein idyllisches Umfeld im Grünen an einer der wenigen Campushochschulen Deutschlands. Architektur, die Geschichten aus vergangener Zeit erzählt, ein breites Kunst- und Kulturangebot sowie eine einzigartig familiäre Atmosphäre laden zum Wohlfühlen ein und unterstützen den Blick rechts und links des Weges. Gemeinsame Pausen in der Cafeteria, vielfältiges Engagement in einer der knapp 20 studentischen Initiativen, die verschiedenste Interessen von Politik bis Kultur abdecken und Studentenpartys wie das legendäre Campusfest, bei dem sich der Standort Wernigerode für einen ganzen Tag in ein Freiluftfestivalgelände verwandelt, machen die Studienzeit unvergesslich. Auch abwechslungsreiche Sportangebote, die in über 30 verschiedenen Kursen für jeden Studenten das Passende bereithalten, sorgen dafür, dass bei einem Studium an der Hochschule Harz nicht nur der Geist fit bleibt. Hochschule Harz. Studieren. Forschen. Leben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017